Oh, das war der Urknall, Kinder, ja. Nee, weißt du was? Gott hat durchgespügt und hat gefurzt. Hä? Das wär der Urknall. Denn... Mit dem vorherigen Modemiruskörper schuf sie unsere Welt. Nairu. Sie schenkt dir der Welt die Gabe der Begrüßung. Pharo. Pharo. Sie spendete Leben und schuf es ältliche Form des Daseins. Pharo, dein Sohn. Und jetzt kommt der Zweiturknall, der alles zerstört war, weil die Göttern gearbeitet haben. Nee, weil's der Zweiturknall? Nein, jetzt kommen drei beschissene Dreiecke raus, als ihr Toe vollendet war, zogen die Götterinnen gegen Eden. Die Trifor- 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 Niemals. Niemals. Passt nicht. Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen, die machte Trifor- 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 Bobbombomb baaaahhhhh. Meine Zeit ist vorüber, doch trauer nicht um mich. Wer traut. Mein Autor war dich einzuweihen in die Geschehnisse zum Hyrule. Um Hyrule, um Hyrule. Um Hyrule. ich teile drei Hälfte drei Schicksal die Berufe und den liebsten neben diesen Stein an dich er war er begehrte er hat es machen die ist es schwer doch ich kann Dekobomber die Böcke und streiten, solche grünen Lichtstrahlen sind ja auch kein Faschisten, weißt du was Leute, aber ich habe auch, weißt du Leute, es ist halb 10 Leute, da muss man nicht mal perfekt deutsch lesen können, das, wir haben die Aufnahmen ungefähr um vier gemacht und du konntest nicht lesen, ja, sag mir nicht, okay, mal weiter, ja, du liest das, ja, du Ok, Riesmaragd, die Wigwurm hat in diesen heiligen Stein zweitens vertraut, ja, los, die Zukunft fliegen in deinen Händen, Link, ich weiß, du hast die Kräfte, ja, du machst, Navi, hilf Link mit seinen letzten Willen zu ver- meinen letzten Willen zu ver- meinen, ich ersuche dich, Navi, so lebt denn wohl, wohl, der Dückbaum stirbt, ciao, Arschloch, so sterben Bäume, Kinder, so sterben Arschlöcher, das hängt keinen Sinn, so direkt 1 Boxer Was auch was solltetend , du hast die Worte ist die Kurze gellung, nur du kannst herren, das kannst du ja Schluss auf Bre�ых Link, hey, 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 ja, hier, heute weißer Dekba, um und mit dem Ami die Wissen kann und da weiße Tränen machst du etwa das ist nicht das ist nicht durch ich bin der Wartner wir haben so richtig Streuermann Ok wer soll sprechen? Was hast du getan? Soll ich? Ich glaub ich hab ihn gesprochen Ja ok mach Der Dekobot ist er tot? Wie konntest du das nur tun? Es ist alles deine Schuld Ne weiss das ist meine Schuld Ich hab ihn zu lang fertig schon gelassen Ok Ok Ja Leute ich spreche jetzt zum letzten mal ab Leute Und dann sehen wir morgen Morgen nehm ich denn mehr auf Leute weil Jetzt reicht's mir einfach Ich hab jetzt keinen Bock mehr Also sag ich ciao Aber das Spiel macht Bock oder? Ja das Spiel macht Bock Leute Aber Leute ich hab jetzt keine Lust mehr weiter aufzunehmen Leute Und außerdem